Hallo meine Freunde und willkommen zurück zu Warnfeinders. Ich bin natürlich mal wieder das Bruce und wir gucken mal, was wir hier so für E-Mails bekommen haben. Denn das ist ein Thema, ich würde gerne mal schauen... Wien der Kriege Stier Event? Willkommen Warnfeinders Mikro, lädt euch herzlich zu unserem Sonderevent die Wieter Kriege ein. Hier könnt ihr euer Geschick und ein scharfes Auge beweisen. Wir sehen uns im Event. Bringt unbedingt Geld mit. Ein Haufen Geld. Deine Belohnung, Ruhm. Okay, das würde ich jetzt erstmal nicht machen. So, was ist das? Warnfeinders, ich habe einen Job für euch. Ich brauche das Bodenradar, das mein Bruder mir gestohlen hat. Es sollte auf einer alten Ranch sein. Könnt ihr es für mich auftreiben? Ich bin zu fett und zu faul, um dort hinzufahren. Ciao, machen wir demnächst einen Pokerabend. Wir nehmen das auf jeden Fall schon mal an und schauen mal, wo ist das? Das ist diese Ranch hier, ja. Ah, da brauchst du schon echt viel... Bitwars. Ach nee, 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 nee. Auf keinen Fall. Ähm, okay. Da ist Lob von Gegenständen. Ah, okay. Das ist ja interessant. Man kann also verschiedene Sachen hier freischalten. Die man schon mal irgendwo gefunden hat. Und wenn man das tut, dann... ...kommt man sogar Geld dafür. Das ist doch schön. Das ist voll so mein Ding, weißt du? Ich bin voll so ein... ...Dude, der auf sowas richtig, richtig abgeht. Das ist echt cool. So. So, und jetzt sieht man hier quasi große Maschinen. Genau, Montage. Gut, dann fangen wir bei Antiquitäten an. So, dann... ...da haben wir nämlich schon ein paar... ...gefunden. So, nächste Seite. Ach so, ah, okay. Also wenn ich insgesamt 30 verschiedene Sachen freigeschaltet habe, dann kriege ich einen Fahrzeug-Skin. Okay, das ist ja jetzt verstanden. Das ist gut, weil das werde ich auf jeden Fall schaffen. Yeah. So, nächster Skin ist dann wieder nach 30. Das finde ich schön. Sowas ist immer gut. Mit sowas kann man mich tatsächlich immer... ...in irgendeiner Form... ...eindrucken. Tatsächlich. Mit solchen Kleinigkeiten. Da ist eigentlich nicht so viel... ...was er darf. ...aber... ...ja. Guck mal, das sind... ...die ganzen Sachen hier. Gut, dass ich da einmal reingeschaut habe hier. So, weiter geht's hier. Hier gibt's auch nochmal ein paar. Zack. Zack. Dann haben wir schon wieder einen Skin freigeschaltet. Sehr schön. Und das waren jetzt hier eh die Sachen, die ich schon gemacht hatte. Aber hier fehlt mir einer. Okay. Ah ja, okay. Das sind die ganzen Montage. Okay. So, dann zeig mal her. Ja, genau. Wir haben alle freigeschaltet. So, und jetzt will ich einmal die Comic-App... ...ah, okay. Ich muss mich zuerst finden. Okay. Und das sind quasi... ...Dog Cops. Das ist der Comic hier, der... ...interlegt es. Ah, ist doch schön. So, das hat mir echt tatsächlich sehr, sehr viel Geld gegeben. Muss ich mal so sagen. Ich überlege ja, ob ich hier meinen Bereich einfach mal ein bisschen aufpeppen möchte. Ich meine, zuallererst werde ich mal schauen, dass ich die nicht so schönen Gegenstände erstmal wieder ein bisschen sauber bekomme. So, genau, hier auch nochmal alles sauber machen. Ah, okay. So. Hier macht die Unterseite sauber. Der Oberseite auch nochmal. Das läuft gar nicht. Warum geht der Dreck an der Stelle nicht weg? Ah. Interessant. Höchst interessant. 97%. Wo fehlt denn der Rest? Das ist doch nervig. Moment. Nee. Verzahlen. Jetzt ist das Gerät selbst. Na, endlich. Da ist doch mal Zeit hier. Ist ja furchtbar. So. Ach, das war es eigentlich schon. Und kaputte Gegenstände habe ich auch gar nicht. Ich habe nur sowas hier. Ich habe nur sowas hier, was ich jetzt quasi als Computer verkaufen darf. Das gibt mir im Prinzip nur noch eine Tastatur. so. So. Okay. Das ist natürlich auch was Schönes. So. So. Dann hätten wir einen Computer fertig, den wir verkaufen können. Uh. Sehr schön. So. Ähm. Ein großes Wandregal. Ah. Ein großes Wandregal. Und ein mittelgroßes Wandregal. Wir haben noch gar nicht drauf geachtet. Okay. Okay. So. Was natürlich toll wäre, wenn ich hier die Sachen nochmal ein bisschen verbessern könnte. Ich weiß aber nicht, ob ich das jetzt schon möchte oder ob ich erstmal. Ich glaube, ich möchte erstmal zu der Otis Ranch, damit wir dort auch ein bisschen ein paar Sachen finden können. Denn diese Sachen sind die, die hier natürlich ganz, ganz wichtig sind. Und es ist ein Auftrag. Von daher sowieso. Ja, ja, ja. Okay. So. Wir gucken uns das an. Und wir sind gespannt. Ah. Okay. Da ist auf jeden Fall schon mal ein Bootshaus. Das ist ja schon mal ganz cool. Das ist ja ein riesen Gebäude. Bestimmt richtig Spaß da. Wahres amerikanisches Erbe. Ja. Das glaube ich auch. So. Wir gehen natürlich erstmal direkt mit der Axt bei. Weil. Weil. So. Das ist doch schön. So. Ist hier drunter irgendwas Tolles? Nö. Bam. Genau. Ich brauche einen Schlüssel. Das habe ich mir schon gedacht. War nicht schlimm. Was ist mit dir los? Freut mich dich zu sehen. Schöne Brise, oder? Äh. Naja. Also ich meine. Das ist krass. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Gozoombe! Ja ich meine. Das ist krass. So. Schön die Angel noch mitnehmen. Denn... Was wäre ein Bootshaus ohne Angel? Es wäre kein richtiges Bootshaus. Deswegen nehme ich sie mit. Etwas blockiert diese Tür. Ach komm. Ach hör doch auf. Ach komm. Ach komm schon. Ach komm. Wo ist hier irgendwie was, was ich in irgendeiner Form sinnvoll erachten würde? Zack, zack, zack. Ich meine, ehrlicherweise weiß ich noch nicht so ganz genau, was ich mit diesem düsteren oder weniger düsteren, also mit diesem außerirdischen Plottwist so machen soll. Was ist mit dir los, der Dieb? Lang doch vor, die Insel zu erkunden. Ja gut, dann mach's halt nicht. Wir sind eine Menge Leute verschollen. Yo. Weißt du, das ist mir sowas von egal. Oh, das ist eine wichtige Sache, die ich hier gefunden habe. Sehr, sehr schön, sehr, sehr schön. Kann man hier drunter? Nö. Hier drüber? Nö. Levelbegrenzung. Okay. Nicht schlimm, alles ist gut. Ich hab nicht erwartet, dass hier durchkommen. So, sind hier Sachen zum Ausbuddeln? Das ist jetzt die nächste Frage, die man sich stellt. Sieht erst mal nicht so aus. Oh. Okay. Ja, okay. So geht's natürlich auch. So kann man das auch machen. Sehr, sehr schön. Was ist mit der alten los? Warte, ist der wilde Kerl? Der ist ständig am Buddeln. Das ist gut. Das ist sehr gut. Er hat wie besessen gegraben, bis er tot war. Okay. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Denn dann wird ja hier der ein oder andere Punkt sein. Miko. Ja, genau. Den man ausbuddeln kann. Nehme ich jetzt einfach mal so an. Vielleicht hier hinten. Vielleicht hier vorne. Vielleicht auch nicht. So. Nee. Ich dachte, da wäre was. Oh, das ist echt ein seltsamer Typ. Ey, ich kriege die... Ich kriege echt die Stimme von dem Typen nicht so hin... Nicht immer dergleichen irgendwie total komisch. Da ist der Schlüssel unter dem Teppich. Oh, wow. Ich meine, ich habe mir auch schon anderweitig Eintritt verschafft. Davon mal abgesehen. Aber... Why not? So. Dann mach ich mal das Licht an, damit ich auch sehe, was ich mir hier ansehe. Ja. So. Uh, eine Tastatur. Im Ofen. Das macht Sinn. Hat wohl irgendwas gespielt, wo er nicht so gut drin war. Beziehungsweise, wo alle anderen immer gecheatet haben. Yo. Also quasi Fortnite. Nein. Oh. Das muss ja so sein, ne? Okay. Uh. Eine komische, ruselige Maske. Interessant. Was man hier nicht so alles findet, nicht wahr? In diesem eigentlich verlassenen Haus. Oh, den nehme ich auch mit. Sehr schön. Eine Waschmaschine. Richtig. Wird auch was anderes sein können. Aber es war eine Waschmaschine. Und ich bin glücklich damit. So. Ähm. Dann gehen wir mal hier hoch. Bam. So. Ordentlich hat Lobos. Sehr schön. Auch nicht... Auch nicht schaden. Bam. Ah. Uh. Kann ich die Satellitenschüssel mitnehmen? Ne. Aber ich kann hier wahrscheinlich jetzt aufs Dach. Und auf dem Dach ist Müll. Okay. Und hier ist die goldene Klopapierrolle. Yay. Yay. Das ist der wichtige Stuff. Leute. Das ist das. Das ist das, weswegen ich das Spiel spiele. Die goldenen Klopapierrollen. So. Die Frage ist aber auch. Äh. Kommt man hier auch noch in ein Fenster rein? Nein. Okay. Hat das tatsächlich nur die Bewandtnis für die goldene Klopapierrolle gehabt? Okay. Damit kann ich voll und ganz leben. Das ist vollkommen in Ordnung. Keine weiteren Fragen wurden gestellt. Ist okay. So. Nächster Raum. Lass mich raten. Hätte das gedacht, dass das die richtige Kombination ist. Na gut. Uh. Das ist ja auch schön. Dass das Bild repariert werden muss. Oh. Hier sind Schlüssel. Das ist gut. Gut. Schlüssel zum Haus am See. Und Rosenbaumblätter liegen auf dem Weg. Ich habe 20 Kinder. Meine Frau ist schön. Jetzt habe ich ein Copyright Claim. Okay. Ich habe es provoziert. So. Falls jetzt gerade ein kurzer Cut war. Nein. Das glaube ich auch nicht. Was blockiert diese Tür? Ja. Was blockiert denn diese Tür? Ich bin jetzt innen. Ich bin jetzt außen gewesen. So schlimm kann es ja auch nicht sein. Oh. Ach guck mal. Das habe ich gar nicht gesehen. Ist ja noch eine Küche. Schön. So. Kühlschrank ist leer. Na toll. So. Das. Uh. Ein Messerblock. Nein Finger. Okay. Das ist witzig. So. Das ist. Bringen wir was Neues im Katalog. Sozusagen. Ist sonst noch was zu finden. Gut. Du kannst dich immer, wenn du dich hinhockst. Hinhockst. Was ich meine. Was ist los mit ihm? So. Äh. Ja. Das war jetzt würde ich sagen. Alles was hier in diesem Haus rumlungert. Zumindest habe ich jetzt nichts weiter gesehen. Was noch in irgendeiner Form sinnvoll wäre. Aber wir wollten ja auch noch in den Keller hier. Denn den haben wir ja auch schon geöffnet. Und oh. Das ist schlecht. So. Da müssen wir mal gucken, ob wir oben im Haus vielleicht sogar den Stromkasten finden, um diesen dann zu deaktivieren. Spontan hätte ich jetzt gesagt. Wer ist, ähm. Also wenn ich ein Stromkasten wäre, wo würde ich mich verstecken? Oh. Warte mal. Die Vase. Uh. Uh. Das wäre. Das wäre schade gewesen, wenn ich die vergessen hätte. Der Stromkasten hier gewesen? Was ich meine. Eigentlich macht es ja auch keinen Sinn, den hier oben. Die Kronleuchte hätte ich ja wohl auch mitgenommen, oder was? Also wenn man schon hier ist und Stuff mitnimmt, dann hätte ich definitiv auch das mitgenommen. Okay. Okay. Hm. Das ist ein Stromkasten. Das ist ein Stromkasten. Und diesen werde ich jetzt tunlichst finden. Das ist ein Stromkasten. Das ist ein Stromkasten. Das ist ein Stromkasten. Ich weiß immer noch nicht. Ich weiß immer noch nicht, was hier abgeht. Ich weiß immer noch nicht, was hier abgeht. Ich weiß immer noch nicht, was hier abgeht. Irgend so ein ganz vieler Stuff. Uh. Joysticks. Zumindest eine davon. Yeah. Gasoline ist immer gut. Aha. Hieß es nicht, dass da irgendwas blockiert? Und das Teil ist doch gerade nach innen aufgegangen. Also von daher kann das auch gar nicht. Oder nach außen aufgegangen. Dabei kann das, das geht doch gar nicht. Oh. Irgend so ein Cthulhu-Kram. Alles klar. Bin dabei. Vielleicht auch schon bald nochmal auf dem Channel. Wer weiß. Ich hätte auf jeden Fall Lust. So, aber jetzt ist immer noch die Frage, die ich noch nicht beantworten konnte. Wo kommt der Strom her? Wo kommt der Strom her? Naja. Muss ja irgendwo ein Stromkasten sein. Oder so. Weil, ähm, wie muss das ja... Oh. Die Pflanze. Das muss doch irgendwo ein Stromkasten geben. Das hätte gedacht in diesem Haus da hinten, aber... Das war auch ein Irrglaube. Ich hätte jetzt gedacht, hier wäre noch ein Stromkasten irgendwo. Dass man den ausmachen kann und dann... Aber na gut, ich kann ja erstmal mit dem Boot hier los. Das Tor ist geschlossen. Das ist richtig. Das Tor ist geschlossen. Dann machen wir jetzt das Tor auf. Oh. Oh. Sind wir also quasi auf einer ganz anderen Insel hier. Was ist das? Interessant. Also, man kann hier offenbar die gesamte Insel nach seinem Belieben erkunden. Und ich weiß noch nicht, ob ich das so gut oder schlecht finde, weil... Na komm. Oh. Nichts? Nichts? Oh. Nichts. Hä? Das sieht so nach Buddelstelle aus, aber okay. Hm. Na gut. Dann werden hier so die ein oder anderen Buddelstellen sein, die man hier finden kann. Ah ja. Auch nichts. So ein Mist. Aber zumindest hier den ganzen Kram weg. So. Gucken wir mal, was hier so abgeht. Okay. I'm not. Eine getarnte, eine getarnte Dose auf jeden Fall. So. Oh no. Ganz gefährlicher Stuff. Oh. Oh no. Ja. Nice. Was auch immer das ist. Äh. Achso. Oh. Ah. Teil eines Totems oder so. Oh. Okay. Ich mach das. Ich mach das Zelt einfach weg. Wer braucht schon das Zelt? Ja. Genau. Genau. Wer braucht schon das Zelt? So. Stell ich das jetzt hier hin? Oh no. 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 Is ja gut. sich gehalten hat. Warum buddelt der denn so viel, wenn er nicht mal was ausbuddelt? Ja, oder er hat was gesucht. Das kann natürlich auch sein. Weg damit. Alles weg. Ist ein Camp? Nicht, wenn ich hier war. Solange hier nicht irgendwie so ein The Forest Stuff abläuft. Ist das vollkommen in Ordnung? Was ist das? Interessant. Machen wir das Licht an. Das hat er gesucht. Das hat er ausgebuddelt wahrscheinlich. Wahrscheinlich war das Ding verflucht und hat ihn umgebracht. Gut, dass ich das jetzt habe. Okay. Ich glaube, hier geht es nicht weiter. Hier soll es nicht weiter. Okay. Ja, alles klar. Dann gehen wir hier mal einen anderen Weg. Zum Beispiel den in diese Zwielichtig-Aussehende-Höhle. Ne? Okay. Äh, okay. Wer macht Musik unter der Höhle? Oder auf der Höhle? Oder auf der Höhle? Ich meine, das klang gerade so, als wenn da irgendwas wäre. Ich meine, ich könnte mir halt vorstellen, dass es so ein Hinweis ist, hey, du bist in der Nähe von so einem Totem. Oder hier muss ich hin, nachdem ich das Totem habe. Oh. Oh, das war von oben. Das ist cool. Das gefällt mir. Das gefällt mir tatsächlich. Ja. Okay. Dann gucken wir doch mal, ob wir noch einen anderen Ort finden. Aha. Ja. Damit wird das aufgeklickt, so. Das heißt, wir haben jetzt alle Teile, die wir brauchen. Warum auch immer hier noch irgendwie so Müll rumsteht und so weiter und so fort. Können wir den ganzen Stuff jetzt hier schön unterbringen. Auch nichts mehr zum Kuddeln, ne? Ne. Genau. Perfekt. Ja. Damit sind wir dann, denke ich mal, grundsätzlich erstmal durch. So. Ist das hier noch kaputt? So. Ist das vollständig. Wir danken euch, Bahnfeiers. Wir danken euch, Bahnfeiers. Ah. Oh, cool. Äh. Oh, wow. Ich hab mein Licht schon dann. Pass. Also ich meine, irgendwer war ja schon mal hier. Hier sind definitiv Kisten. Das bedeutet, hier war schon jemand. Und hier ist Dreck. Okay. Wahrscheinlich sollte ich die Steine nehmen, um den richtigen Blick zu finden. Aber hey. Nö. Wozu. Wozu? Wenn ich auch Dinge kaputt machen kann. Hier liegt ein Skelett. Das ist also wahrscheinlich nicht gut. Ähm. Ja gut. Also ich weiß jetzt nicht, was das hier alles zu bedeuten hat. Aber ich buddel hier erstmal. Guck mal. Guck mal. Noch eine schöne Maske. Sehr schön. So. Also gut. Wir haben hier ein Viereck. Wir haben hier ein Plus. Kommen wir da rüber. Aua. So. So. Ich mein. Oh oh. Also Viereck Plus geht. Äh. Einziger Weg, wo ich noch hin möchte, wäre halt nach da hinten. Ich würde jetzt einfach mal sagen. Stern geht. Oh. Plus Viereck. Vielleicht das? Ja. Okay. Okay. Kommen wir hier nämlich direkt komplett drüber. Sehr schön. Ja. Das sind wahrscheinlich die, die Symbole, die auch auf dem, äh, auf den Totems waren. Ich hatte mir die jetzt nicht so wirklich angeguckt. Ehrlicherweise. So. Die Frage ist jetzt, äh, sind hier noch Gegenstände versteckt auf dieser Insel? Weil ich habe keine Lust, diese Insel nochmal zu erkunden. Ähm, denn einmal reicht. So. Ich kann mir aber eigentlich auch gar nicht vorstellen, dass hier noch großartig Gegenstände sind, weil ich hier eigentlich tatsächlich auch alles erkundet habe. Zumindest fühlt es sich so an. Von daher gehen wir jetzt wieder zurück. Insekt war es meine Seele auf. Okay. Okay. Komm. Get this out of here. So. Jetzt muss ich nur noch herausfinden, wo der Stromkasten ist. Und das ist hier noch ein Thema, welches ich nicht. Ah. Oh, wow. Äh. Hört mal aus. Genau. So. Siehste. Dann können wir auch ganz in Ruhe lang gehen. Dann können wir einen komischen Schädel kaputt machen. Und ganz viele davon kaputt machen. Oh. Na. Wo nimmt das mit? Wenn wir das schon bekommen, dann sollten wir das auch mitnehmen. Sehr schön. Ich habe schon das Stativ dazu. Jetzt habe ich die Kamera dazu. Sehr schön. Genauso muss das sein. Jetzt fehlt wie immer ein Gegenstand oder zwei oder drei oder wie auch immer. Und die gilt es jetzt mal wieder zu finden. Wird auf jeden Fall nicht einfach. Aber ich werde mich dieser heroischen Aufgabe stellen. und bin dann sozusagen gleich wieder da, wenn ich etwas gefunden habe, was nicht so aussieht. Die Dinger, die nehme ich einfach so mit. Wobei hier sind ja noch ein paar davon. Und daher. Von daher. So. Also würde ich mal so spontan sagen. Ist gleich. Ja. Ja. Natürlich war es auf der Insel. Wie ich mir schon fast gedacht habe. Und zwar hier beim Höhenausgang. War hier noch ein Hut. Ja. Das war aber noch immer nicht das letzte Objekt. Von daher sehen wir uns gleich nochmal. Und zwar ziemlich gleich. Wann jetzt irgendwie drei Sekunden zwischen. Denn ich bin mal hier über dieses Symbol. Auf diese Seite gekommen. Und hier ist ja so ein Wasserfall. Und dahinter ist doch tatsächlich so ein Altar. Vor allem böse Remassen angucken. Aber nicht mit mir, Freunde. So. Und hier ist eine Axt. Der Strauß. So heißt die Axt offenbar. Ja. Und damit haben wir jetzt auch wirklich alle Gegenstände. Sehr, sehr schön. Und dann können wir jetzt quasi zurück zu unserer Farm. Haben. Ich denke, alles andere sollte eigentlich geklappt haben. Das zu finden. Ja. Ist doch schön. Damit ist diese Farm hier auch fertig. Oh, das ist echt ein seltsamer Typ. Ich kotze dich verdammt. Himmel, Herrgott. Ja. Sehr schön. Okay. Okay. So. Wir fahren zurück zum Funthouse. Wir haben auch alles gefunden. Sehr nice. So muss es sein. So fahre ich zurück. Und so können wir arbeiten. Und werde jetzt auch schnell die ganze Geschichte von A nach B packen. So. Dann meine E-Mail beantworten. Und dann würde ich sagen, gehen wir noch schnell durch den Katalog hier durch. Aha. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und beim 5 ist dann nichts. Zack. Ja. Und in der Zwischenzeit kann ich euch dann schon mal einen traumhaften Tagabend oder wann auch mehr da schaut wünschen. Denn an der Stelle mache ich einen Cut. Lasst natürlich gerne ein Like da, wenn euch das soweit gefallen hat. Und lasst natürlich auch gerne ein Abo da, damit ihr die nächste Folge nicht verpasst. Und schaut, wie es hier weitergeht mit unserer Firma, mit unserer Bahnverein. Das ist natürlich höchst interessant. Und auch ein sehr seltsames Spiel. Das muss man auch dazu sagen. Also alles sehr, sehr cool. Ja. Und dementsprechend. Wenn wir morgen ein paar Sachen zusammenbauen und ein bisschen shoppen. Oder was heißt morgen? Also beim nächsten Mal. Oder beziehungsweise shoppen. Eigentlich eher weniger. Aber immerhin hier. Schauen. Wie wir unsere Sachen verkaufen können. Das wird das nächste sein, was wir tun. Und dementsprechend würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal.